Übrigens, hast du einen Adventkalender? Ja, immer. Was war bei dir heute zu sehen? Ich habe so Schokolade erhaltet. Schon alle 24 offen? Ja, schon vorher. Ich mache auch immer alle Kässe schon vorher auf. Aber nur wenn ich so einen Heißhunger habe und nichts im Kühlschrank habe, dann reiße ich die Kisteln auch. Ich organisiere dir was, dass du auch nicht so lieb. Bei mir war auch was im Adventkalender. Und zwar? Ein Ildefonso mit einem Spruch. Ich habe mir gedacht, ich nehme ihn mit für dich. Möchtest du ihn hören? Ja, bitte. Solange man selbst redet, erfährt man nichts. Ich werde trotzdem auch reden heute. Das ist mir zu hoch jetzt. Ich schenke ihn dir. Okay. Bitte.